Vogelstimmen lernen Schritt für Schritt. Heute widmen wir uns dem Fichtenkreuz-Schnabel. Starten wir damit und hören uns den Ruf des Fichtenkreuz-Schnabels einmal genauer an. Fichtenkreuz-Schnäbel sind an sich sehr stimmfreudig und selten alleine unterwegs. Meistens trifft man sie in kleinen Familienverbänden oder Trupps an, teilweise aber auch nur paarweise. Ihr Ruf ist relativ laut und ist ein metallisches Glipp. Er wird gerne auch aneinandergereiht und ist dann als Rufreihe so eine Art Glipp, 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 Glipp zu hören. Insgesamt sind Fichtenkreuz-Schnäbel, je nachdem wo sie herkommen, welche Stimmung sie haben, welches Alter sie haben, recht unterschiedlich, was den Ruf angeht, was aber häufig nur wirklich minimale Unterschiede sind, sprich für die Bestimmung gar nicht so unbedingt notwendig ist. Man sollte es aber trotzdem wissen, also je nachdem wo der Vogel herkommt, wie alt er ist, welche Stimmung er gerade hat, kann es manchmal von einem Glipp hin zu einem Glipp, also so ein bisschen variabel, kann das schon auch sein. Der Gesang des Fichtenkreuz-Schnabels ist übrigens relativ selten zu hören. Er besteht aus gepressten Tönen, einigen Trillerlauten und eben einer Einwebung dieser häufigen und relativ leicht einzuprägenden Glipp-Rufe. Kommen wir zur Eselsbrücke und da habe ich leider keine. Falls ihr irgendwie eine habt für den Ruf, schreibt sie gerne in die Kommentare, dann profitieren wir alle davon und machen wir stattdessen weiter mit den Verwechslungsarten. Eigentlich kann man Fichtenkreuz-Schnäbel optisch und auch akustisch nur mit anderen Kreuz-Schnäbeln verwechseln, die aber normalerweise bei uns nicht vorkommen. Der Kiefern-Kreuz-Schnäbel kommt in Skandinavien vor und in manchen Wintern kommt er evasionsartig auch nach Mitteleuropa oder nördliches Mitteleuropa. Dieser ruft insgesamt deutlich tiefer und härter, ist allerdings selbst auch variabel, sprich da ist es auf jeden Fall gut, wenn man im Winter genauer hinhört. Kommen wir nun noch zu Lebensraum und Jahreszeit. Wann und wo kann man den Fichtenkreuz-Schnäbel überhaupt hören? Die Brutzeit bei den Fichtenkreuz-Schnäbeln ist anders als bei den meisten anderen Vögeln. Sie ist nicht abhängig von irgendwelchen Jahreszeiten, sondern vor allem davon abhängig, ob Fichtensamen gerade reif sind, weil das ist die Hauptnahrungsquelle und dementsprechend wird dann gebrütet, wenn viel Nahrung zur Verfügung steht. Das kann teilweise bei Schnee im tiefsten Winter sein. Sie brüten und kommen dementsprechend in Nadelwäldern am häufigsten vor, gerne in Fichten. Im Winter und Herbst sind sie allerdings als teilweise auch Zugvögel in vielen, vielen Lebensräumen auch mal anzutreffen. In manchen Jahren, auch sie, wie die Kiefern-Kreuz-Schnäbel, sind so ein bisschen Evasionsvögel, sprich in manchen Jahren gibt es deutlich mehr Fichtenkreuz-Schnäbel bei uns und in anderen Jahren dann deutlich weniger. Und in den Jahren, in denen sie häufig sind, kann man sie in fast allen Lebensräumen feststellen. In den Jahren, in denen sie selten sind, kann man sie halt eher in den Fichtenwäldern finden. Als Brutvogel kommen sie bei uns in den Mittelgebirgen und ausgedehnten Nadelwäldern vor und sind da eben dann auch ganzjährig. Damit solltest du hoffentlich den Fichtenkreuz-Schnäbel nun sicher bestimmen können. Am besten gehst du jetzt raus in den nächsten Fichtenwald und suchst mal nach einem, um dir diesen Glipp-Ruf auch mal gut einprägen zu können. Falls das aus irgendwelchen Gründen nicht gehen sollte, findest du hier ein Video zum Thema Vogelstimmen lernen und hier oben ein Video auf meinem anderen Kanal. Schau dort gerne mal rein. Ansonsten danke ich dir fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.